auch gleich genommen egal obwohl das nicht so toll war nein es war gar nicht einfach zum boss mir ist egal ja diesen boss muss man mit crash machen und das ist blöd sehr blöd und ich glaube sogar nicht dass man hier ein dings hat ein safepoint vom boss man kann hier aber mit irgendwie ein ausweichen ja ich kann es aber nicht okay egal ja ich muss den ganzen scheiß jetzt noch mal machen und am besten mit mehr energie dahin wird das leben natürlich jetzt die leben doch gebraucht ich habe vergessen dass man bei diesem mal vom boss kein safepoint hat was eigentlich gut ist was war das hat direkt aber ganz ehrlich das war richtig ein riesen weg egal was soll ich mir das leben diesmal hier über das mit so blöd das ist mir eindeutig zu bild leben ich wollte müssen schneller machen aber nicht so es ging wahnsinnig schneller jetzt so ist kein drei mehr ich brauche auch nicht mehr vor allem aber zwei warum nicht energietang weiter hier ist jetzt ich bin schon im doppelten geschwindigkeiten ist das irgendwie zu langsam dieser ganze weg hier nämlich nicht mehr stirb und runter und diesmal töten wir sie und sammeln uns am besten volle energie noch ein weil ich habe noch einen energietang leben war das leben wirklich so viel wert hier muss man ein treffer kriegen ich weiß nicht wie man ohne treffer durchkommen soll ja das ist gut voll energie voll energie das ist gut so ich weiß blöderweise nicht hundertprozentig wie man diesen boss machen soll ja das ist blöd ich weiß anfangs irgendwie hoch und jetzt flicker flackert wie verrückt ich habe die pause gilt auch zu sehen verwendet cool ja egal warum habe ich drei verschwende bin ich so blöd kann sein dass ich jetzt gar nicht mehr schaffen kann weiß ich was nicht doch wenn ich jetzt hier auf springen energietang ich hoffe ich habe noch genug eins so hier oben ja ich habe genau noch eine und dahin zu kommen das ist gut ja gewonnen oh mein gott ich hab das spiel so gut wie durch und jetzt kommen nur noch zwei levels und dann ist das spiel ja das ist nicht so schwer würde ich sagen die ganzen boss ja ok fangen wir mal mit dem schwersten an ich habe keine zu wenig wachen denn ich kann es gar nicht mehr schaffen mache ich mir ein megabaster alles egal stirb ja waffe wechseln wir schon was tolles stirb quickman stirb ich treffe ihn ich habe auto feiern ich treffe ihn nicht was ist das er ist hier der bubble man ist so einfach hier weil es gibt gar nicht mal stacheln an der decke das ist ja irgendwie richtig leicht ja hier nämlich weil ich die stirb warum stirb bei mir nicht man muss voll aufgeladen sein ich weiß egal wie machen wir ihn auch mit metal mit mero mero ok stirb energie so wo wir metal doch grad schon mal ausgeräten wählt haben einschlag und flash so jetzt haben wir alle mit metal man das waffe gemacht oder crashman müsste ich unten sein ja ich sehe grad zu wenig geil ok endlich tot hat mir zu lange gedauert das waren ja fast 5 sekunden nein ich weiß nicht rp-shooter ich weiß gar nicht welche waffe gegen ihn gut ist wenn ich ganz ehrlich bin aber auf jeden fall schaffe ich es so hey heatman bubleh 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 ja der ist gefährlich wenn er dich trifft und er trifft mich obwohl er nur drei schüsse braucht ich habe vergessen bubble auszuwählen ist auch cool stirb und tot und dann freuen wir uns auf den endboss oh gott egal schulz und weiter geht's ich glaube den kann man einfach so mit autofile weg bretzen ja aber habe ich noch einen energietank ich könnte irgendwie nicht gucken grad auch cool habe ich jetzt noch genug metalblades überhaupt also energietank habe ich erstmal nicht und metalblades das ist ja naja geht hey warum kriege ich den nicht so einfach keine dings mehr ich bin toro die ich kann ihn gar nicht mehr schaffen irgendwie weil ich keine metalblades habe und ohne metalblades schaffe ich ihn garantiert nicht cool da kriege ich mit dem p-shooter da und ne cool ich bin game over krass dann habe ich es heute doch noch nicht nooo ich bin es heute schaffen eigentlich ja machen wir lieber schon nochmal von vorne fangen dann mit dem blödes an boah krass krass naja er wieder ernen das kinder nicht ausweichen dann energie hm ja ich mache lieber metal wird mir eindeutig besser ich habe grad voll geil geschossen geil ich brauche die metalblades alle noch quick man du bist dran so zum p-shooter zum kartoffel potato shooter wer ist hier wieder vergessen die mache ich wieder mit dem mache ich diesmal mit p-shooter weil ich keinen bock hat die ganzen leite zu verwenden autofahrer geht nicht super soll doch trotzdem kein problem sein ich sterbe cool krass das war extrem knapp ja so in den habe ich noch wenigstens noch eine chance jo boah war das schwer flasch man auch noch noch ein bisschen energie auf die